Von daher jetzt zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Schwert. Im letzten Part haben wir uns hier an der Stadt umgeguckt in Turfield und haben die Arena gemacht. Deswegen ist das ja doch nur ein halber Part, weil das heißt der erste Kampfpart, aber bevor wir klempfen können, muss ich nochmal Wundertausch machen. Sauertausch, weil ich habe das schon angefangen. Oh, das ist ganz wichtig. Ich konnte es halt nicht abrechnen, das kann ich nicht in das Menü rein. Deswegen, ich muss das machen. Uh, Pandaco. Sehr gut. Ja, übertreiben wir es gleich. Den nehme ich ins Team. Oh nein. Deswegen, mach mal jetzt. Linken Kampf. Einzelkampf. Nein. Oh fuck. Äh, äh, Linken Kampf. Ja. So, nochmal. Einzelkampf. Nein! Nein! Alter, ich will auch ein Passwort machen. So, ich wähle mal. Passwort. 4, 5, 6, 8. Nein, 4, 6, 6, 8. Ich wollte schon sagen. 0. Was, wie lange soll denn das sein? Hier steht doch 8-stellig. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8. So. Gut. Einzelkampf. Jetzt kannst du... Nein! Du musst nach Freunden suchen. Hast du euch gedacht, das wäre das, dass ich das jetzt eingebe und ich suche? Nee, du kannst gleich oben Sticker suchen. Ja, wo geht das denn? Du kannst gleich oben Sticker suchen, B, deinen Sticker filtern und Freunde. Du bist doch nicht mal online. Du musst online gehen. Du sitzt nicht mehr online. Wo mach ich das? Plus. Plus. Ja, wir sehen uns gleich in dem Bildschirm wieder. Wo mach ich denn diesen Dude? Keine Ahnung. Okay, sehr gut. Aber wir haben es geschafft. Äh, ja, mach ich. Äh, 1 bis 6. Ja, da 50 ist schön. Boah, passt alles. Also, ja, das ist sinnvoll. Wäre sonst ein bisschen schummeln, weil wir sehen uns gegenseitig und, ja, das wäre nicht so brav, glaube ich. Das geht so nicht. Ach, da muss man noch die teilnehmenden Pokémon oder so. Du nimmst teil, du nimmst teil, du nimmst teil. Was für eine Überraschung. Ja, dein Waggon wird halt richtig schlimm. Die anderen. Ja. Genieter. Was hast du für eine Musik genommen? Hä, wirklich zufällig. Ich glaube, ich habe auch irgendeine Leiter genommen. Machen wir mit? Nein, wir setzen kein Dynamax. Okay, gut. Alter, Dynamax. Ich glaube, es geht los. Los, Lipstick! Ah, das ist effektiv gegen mich. Das ist eine Überraschung. Ich bin so doof, ey. Ja, ich habe jetzt wieder keine Lust. Ja, wie schön. Ja, wie haben wir denn da? Hoppelt die Hopp. Was sollen das? Ja, quit natürlich. Was auch sonst? Oh nein! Ja. Das tut natürlich weh. Sei doch ruhig, ey. Aua! Ja, typisch reicht das nicht mal. Nein! Sei doch ruhig. Das ist schlecht. Sehr schlecht, muss ich sagen. Bosa, let's go. Weil es der wird ja viel schneller sein, oder? Man weiß es nicht. Au, das tut weh. Was ist das? Oh, meh. Wie lächerlich ist das bitte? Manu. Den haben wir noch? Ach stimmt, ja der Vogel, der ist ja auch noch da. Der gute Meta-Nerd. Der noch nicht so Meta hat. Die Frage, was machen wir jetzt? Sehr gut. Ja. Ich will mir nicht aufs Glück verlösen. Aua. Ich würde sagen, das Vögelchen stürzt gleich ab. Ach, ist schon abgestürzt. Ist schon abgestürzt. Jetzt ist es nicht mehr so effektiv gegen mich. Das stimmt. Das würde mich aber nicht daran hindern, mich zu töten. Hä? Warum? Ich habe jetzt keinen Flugtyp mehr, deswegen. Nee, nee. Du hättest ja gar keinen Typ mehr. Doch, du bist Typ unbekannt. Wollte ich mal sagen, 1-0 für mich? Ja, halt doch. Haha, sehr schön. Äh, ja komm, wir nehmen die Lirakarte, ist okay. Nee, wie spät denn jetzt? Das reicht. Der nächste Kampf wird folgen, würde ich sagen. Und das war's für diesen Part. Das ist eine kurze Folge gewesen. Die folgenden Kampfparts werden hoffentlich länger werden. Und wer für euch hat auch diese Folge gefallen und euch hat eine nächste Folge von Let's Play Pokémon Schwert wieder ein. Da geht's in Richtung zweiter Arena. Also, nicht verpassen und like da lassen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.